Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student, hallo liebe Prüfungskandidaten für die DSH Prüfung an den deutschen Universitäten. Kommen wir nun zum Schluss unseres Themas Desertifikation, fruchtbares Land verschwindet, Seite 6. Bitte formulieren Sie den letzten Teil der Gliederung aus, lassen Sie ihn am besten von einem Deutschen, einem Muttersprachler korrigieren und gehen Sie mit Mut und hoffentlich auch erfolgreich vorbereitet in Ihre DSH Prüfung. Tschüss, alles Gute, viel Erfolg!